Top-Stimmung und Stadion-Atmosphäre herrschten am Mittwochabend beim Public Viewing im Fandom im Motorworld Village in Metzingen. Bei freiem Eintritt, allerdings mit Mindestverzehr, verfolgten zahlreiche Fans der deutschen Fußball-Nationalmannschaft das Spiel gegen Ungarn auf einer 80 Quadratmeter großen LED-Wand. Und da gab es einiges zu jubeln und zu feiern, denn schließlich zeigte die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder eine überzeugende Leistung. Wenn auch nicht ganz so überzeugend wie gegen Schottland. Trotzdem, am Ende stand es 2 zu 0 und Deutschland hat jetzt auch schon das Achtelfinale erreicht. Aber zuvor geht es am Sonntag noch gegen die Schweiz. Auch dieses Spiel können Fußballfans beim Public Viewing im Motorworld Village in Metzingen verfolgen. Anpfiff ist um 21 Uhr.